Ob als Werbegeschenk oder als Teil der Geschäftsausstattung, Blöcke gehören einfach an jeden Arbeitsplatz. Mit dem Firmenlogo und einem Kalendarium versehen sind sie nützlich und immer präsent. Schnell und einfach können Sie zwischen vielen Formaten, Materialien und Umfängen wählen. Sowohl bei den günstigen Topsellern als auch beim vielfältigen Individualdruck. Bei der Produktion Ihrer Blöcke haben Sie die Wahl zwischen zwei Druckverfahren. Bei kleinen Auflagen empfehlen wir Ihnen den Digitaldruck, der eine kurze Produktionszeit ermöglicht. Beim qualitativ hochwertigen Offset-Druck können Sie größere Auflagen zu einem günstigen Stückpreis bestellen. Alle angebotenen Papiere sind sehr gut beschreibbar. Die unbedruckte graue Rückpappe sorgt für Stabilität. Eine spezielle Art des Kaltklebens hält die einzelnen Blätter fest zusammen. Da diese Verleimung lange elastisch bleibt, lassen sich die Blätter immer gut abreißen. Wahlweise können Sie Ihre Blöcke zusätzlich mit einer zwei- oder vierfachen Lochbohrung bestellen. Vorgefertigte Kalendarien für Ihre Gestaltung laden Sie ganz einfach in unserem Download-Bereich unter Service und Support herunter. Bitte beachten Sie bei Ihrer Gestaltung die Druckdateninfos. Unsere Top-Seller-Empfehlung Unser Online-Shop unter www.laser-line.de bietet Ihnen eine riesige Auswahl an Produktkombinationen. Sollte Ihr Wunschprodukt dort nicht auswählbar sein, können Sie uns gern mit Hilfe des Online-Formulars eine individuelle Preisanfrage stellen. LaserLine Wie printed, you love it!